Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Ni No Kuni. Ich muss zurück nach Athena. Dann machen wir uns direkt mal auf den Weg. Wie läuft der denn da rum in Unterhose? Hallo? Es ist schon fast... Okay, es sind schon fast Tanker. So, wir sind wieder da. Ihr habt das Päste Holz in Niers Wald ausfindig gemacht? Ah, da helfe ich euch gerne. Es ist uns Schiffszimmermännern eine Ehre Holz aus seinem Wald zu benutzen. Wir kümmern uns um alle Fälle um den Transport. Während ihr unterwegs wart, haben wir bereits die nötigen Vorbereitungen getroffen. Auf geht's Leute, packen wir es an. Mindestlohn für alle. Holen wir uns wassic Holz aus Niers Wald. Ein Euro die Stunde der Lohn für das Holz holen. Just like that, Evan had found himself the finest boatbuilders in all the land. And some timber worthy of their expert attention. Eager to get to work after their recent ordeal. The men of Capstan set about putting... Oops. ...together a ship fit for a king. And before long, a magnificent vessel that no wave could hope to topple was all but ready to set sail. Unser Schiff! Sieht dir klasse aus. Damit sollten wir endlich nach Quastenfloss aufbrechen können. Hey Evan, ich werde dir in deinem Land folgen. Naja, wenn's recht ist. Äh, ja, geh mal. Ich brauch mehr Geld von dir. Dein Auftrag war eine klasse Herausforderung und ich würde gerne mehr davon in Angriff nehmen. Außerdem muss doch jemand euer Schiff in Stand halten, oder? Stimmt. Niemand wäre dafür besser geeignet als du. Du bist in Minneapolis. Herzlich willkommen. Ah, ein Glück. Ich hab's nämlich schon dem Boss gesagt. Wäre ziemlich peinlich gewesen, zurückzurudern. Sehr schön. Na dann, Lein los. Entschuldigung, musste einmal kurz die Luft holen. Moment, Kommando zurück. Erst muss die Steuerung noch justiert werden. Was? Heißt das, wir können doch nicht sofort loslegen? Entschuldigung, aber da kommt ihr nicht drum rum. Dafür bringe ich euch das Schiff sozusagen bis vor die Haustüre, sobald ich damit fertig bin. Dauert auch nicht lang, versprochen. Keine Sorge, wir haben genug zu tun. Genau, kehren wir erstmal nach Hause zurück und besprechen unsere weitere Strategie. Okay. Wollen Sie das Spiel speichern? Oh, nö. Was ist Quastenfluss eigentlich für ein Land? Außer den Namen hab ich noch nie davon gehört. Quastenfluss ist ein Land mitten im Meer. Regiert wird es von einem König namens Nereida. Es scheint für seinen Fischgerichte bekannt zu sein. Oh, du bist ja gut informiert. Das habe ich meiner Recherche im Archiv ergeben. Ne, das haben meine Recherchen im Archiv ergeben. Das Abkommen ist zwar mein Hauptanliegen, aber ich muss auch lernen, wie man ein Land regiert. Dafür ist der Besuch anderer Länder sicherlich hilfreich. Ein löblicher Vorsatz. Evan, euer Schiff ist fertig und ich habe keine Hosen an. Es liegt wie abgesprochen an der Küste vor Anker. Du kannst jederzeit ablegen. Danke, Matthias. Auf geht's nach Quastenfluss. Ok, ok, dann hätten wir das. Bevor wir aufbrechen. Was ist das? Ach, das ist Minapolis, okay. Also, von nahem sieht das etwas anders aus. Juhu, Kohle. So, damit können wir schon ein oder andere ausbauen. Sehr gut. Und das Lager ist voll. Oh Mann. Zopp. Alles mitgenommen. So, das hätten wir fertig. Qualitätswaffen erforscht. So, die Erweiterung. 4K. Hm. Hä? Können wir echt nicht? Sind schon alle da, die hier eigentlich arbeiten wollen? Wo will der hier, äh, nautischem Institut, ähm, Wirtschaftsausbau. Mal gucken, wo wir den so gut hinstecken können. Hier vielleicht? Nope. Ah, auch nicht. Nautisches Institut. Wo haben wir das denn? Metalabor. Nö. Ich glaube nicht, dass er hier für, äh, nützlich ist. Nein. Verdammt. Wo arbeitet er, äh, wo, wo? Ist der denn nützlich? Nö. So. Hm. Wo können wir den Fischer denn hinstecken aktuell? Noch nirgendwo, ne? Dann komm, dann stecken wir ihn hier mit rein. Ja, okay, passt. Und ich muss einmal dringend hier rein jetzt die neuen Waffen gucken. Hm. Ah, da hab ich's doch. Tempest. Die wollte ich haben. Unbedingt. Hm. Windschaden plus, plus, plus wäre nice. Aber dafür fehlen mir dann, äh, doch noch zwei schlichte Korallen. Vielleicht noch nicht bauen. Ja, wär schade. Mittelmäßiges Holz. Frischer Harz. Oh, aber wann hab ich das denn verbraucht? Egal. Waffen schmieden? Ach so, wir können's fünfmal verbessern. Hm. Mal gucken. Du hast nicht genug Materialien, alles klar. Ah, Kupfererz. Okay. Dann gucken wir mal, was haben wir sonst noch so? Soldatenschwert ist das Stärkste hier aktuell. Wie sieht's denn mit einem Stab aus? Stab der Weisheit. Ja, das wäre ja mal eigentlich ganz praktisch. So. Und. Fertig. Triadenbogen. Nice. Okay, alles klar. Wir brechen auf. Oder? Soll ich gleich mal kurz irgendwas bauen? Solange. Äh, verbessern. Königreich ausbauen. Kannst du noch irgendwie hinten forschen? Nahkampfwaffen zwei. Das können wir erweitern. Da passen dann mehr Leute rein. Pass mal auf, das geht ja auch noch anders. Man kann ja hier und davor schon gucken, was es denn alles so gibt. Sturmangriff. Rüstung zwei. Warum? Achso. Der baut gerade schon. Accessoires. Geht auch aktuell nicht. Genuffi Kunde zwei. Du darfst es richtig groß ziehen. Bla, bla, bla. Einfach mal. Ein Wettbewerbnis entdeckt. So, forschen wir mal. Da gibt's nix. Da können wir nur erweitern. Da können wir nur erweitern, erweitern. So, hier könnten wir noch forschen. Das hatten wir ja. Na, 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 na. Das können wir hier. Nur erweitern. Da geht aber aktuell auch nix. Okay, und hier können wir... Moment, wir können ja noch ein bisschen Magie erforschen. Und was können wir hier machen? Im Kampf mehr Gulden. Schade. Hä? Warum nicht? Ach, weil 100. Und wo ist die? Total verhext. Die ist sogar halt im Zauberladen, ne? Das würde aber reichen. Ja, dann ist sie jetzt halt gerade mal woanders am Arbeiten. So, fertig und raus hier. Unser eigenes Boot. So. Ich bin gespannt, wie das jetzt mit dem Kämpfen auf hoher See aussieht. Alle Mann an Bord. Quastenfloss, willkommen. Die Steuerung erklärt. Mitmöglich kannst du weite Küsten, bla bla bla, um an Bord zu gehen. Steilküsten, bla bla bla, ist ja klar. Woa. 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 Flüssig-Skelett. Nice. Und jede Menge Gulden. Oh, da liegt noch was. Kann das da... Ups. Wo bist wir hin? In manchen Situationen haben wir plötzlich mehr Fahrt. Ich weiß auch nicht, warum. Ein Bubli. Und wir haben irgendwas blaus bekommen. Ein paar Seiden-Slipper. Okay, mal auf die Karte schauen. Oh. Oho, oho. Da müssen wir auch viel reisen, wenn wir um die ganze Welt wollen. Und Abflug. Oh, verdammt. Oh, schon kaputt. So. Da hinten ist irgendwas. Das scheint Quastflossen zu sein. Kann das sein? Oder Quast mit Floss? Oh, schneller. Hm. Korallen. Oh, ist nie kaputt. Ein riesiger Strudel. Hallo, jemand zu Hause? Passt aber gerade so durch. Uh, das allsehende Augen. Quastenfloss. Oh. Was für ein tolles Wetter hier ist. Oh, so Wellengang ist nix für Luftpiraten. Einfach um das Schiff. Wir sollten Cecilius darüber in Kenntnis setzen. Ja, ich kümmere mich darum. Lasst uns zunächst herausfinden, wie wir eine Audienz bei König Naraida bekommen. Königin Naraida. Suchen wir uns doch einfach einen Vorwand. Das wäre wie... Wie wäre es mit einem Gastgeschenk? Ob das so leicht geht? Hoffentlich gibt es hier ein paar nette Leute, die uns weiterhelfen können. Ich will nie verstehen, warum die Leute dich so lieben, Leander. Ein schwach, insipidiger Mann. Aber sie lieben Sie. Wenn du das... Wenn du... Dann... Dann... Wt... Wt... Dann... 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 Dann würde ich dir ein gefährlich sein. Die Milenungen ... Oh ... ... Er... Das ist das, was du für deine König. Du würdest du dein Leben für sie ohne ein Moment's Hesitation geben, ja? Nicht ohne Grund, Ihre Majestät. Aber wenn du dein Leben für einen Moment proletzt würdest, dann wäre das Grund genug. Such eine Todesmacht würde mir honorieren, auf meine ganze Reihe. Inzipid du bist, aber du bist manchmal amusend. Du bist zu nett, Ihre Majestät. Auch ohne, dass ich dich daran erinnere, nicht wahr? Selbstverständlich. Dann wollen wir doch mal sehen, was dieses Örtchen zu bieten hat. Genau. Sagt mir Bescheid, wenn ihr Quastflossen verlassen möchtet, Majestät. Das Schiff ist jederzeit bereit, den Anker zu lichten. sehr schön. Ich gucke mich gerade einmal ein wenig um, weil hier liegt Zeugs rum. Hier finden wir bestimmt ein paar Angler. Also für den Fischladen bei uns in der Stadt. Hilfers Kriegserklärung. Sprich mit dem Minapolitischen, äh, Minapolitischen Speer. Oh, okay. Erstmal den Schnellreisepunkt hier oben nehmen. Ab jetzt brauchen wir kein Schiff mehr. Anlegeplatz registriert. Sehr gut. Jeder bleibt sofort stehen. In diesem Land muss sich jeder bei seiner Einreise eine Kontrolle unterziehen. Wie lautet eure Nationalität? Ist der Grund eures Besuches wirtschaftlich oder privat? Wir sind aus Minapolis und für eine Audienz bei Königin Nairaida hier. Minapolis? Von so einem Ort habe ich noch nie gehört. Und ihre Majestät trifft nicht einfach jeden. Schlagt euch das aus dem Kopf. Besonders bekannt ist unser Land wohl noch nicht. Passt bloß auf. Bald werden wir unglaublich groß sein. Weiter im Text. Während eurer Aufenthalts im Quastenfloss müsst ihr euch an die folgenden vier Gesetze halten. Gesetze. Füge anderen keinen Schaden zu. Ja okay. Begebe dich nicht an gefährliche hohe Orte. Drittens werde nicht krank. Was? Und zu guter Letzt verliebe dich nicht. Moment. Da kommen ja einiges merkwürdig vor. Aber besonders das letzte Gesetz ist etwas. Was willst du denn damit sagen? Auf Liebschaften steht die Höchststrafe. Solange ihr euch hier aufhaltet, habt ihr unser Gesetz zu befolgen. Das wäre alles. Was? Oh mein Gott. Was geht ab? Die Königin zu treffen wird also wirklich nicht leicht. Wir brauchen einen Plan. Noch wissen wir zu wenig über sie. Dann bleibt uns wohl nur eins was? Ja, hören wir uns bei den Bewohnern um. Okay. Keine gefährlich hohen Orte, sonst gehen wir drauf. Zutaten verboten, die Herrschaften. Da geht es zu einem hochgelegenen Ort und ihr wisst ja, die Regeln über den hohen Ort lauten. Obwohl man von da oben einen tollen Blick aufs Meer hat. Das wäre sicher eine tolle Touristenattraktion. Was das für ein Spaten? Aber gut, dass wir gewarnt werden. Hallo, du. Hallo, du. Du bist ja ein Süßer. Suchst du etwas Bestimmtes? Ich möchte etwas kaufen. Oh. Seht ihr? Kraut haben wir plötzlich 39 im Besitz. Kann ich Stufe 5 mit mir im Kampf verwenden? Okay. Oh. Ich merke gerade, dass das echt teuer ist. Kann ich mir sonst irgendwie helfen? Ich habe es schon anders überlegt. Bye. See. Gut, dann wollen wir mal durch die Gegend laufen. Zum Glück scheint heute wieder die Sonne. Hoffentlich trockne ich meine Wäsche auch ordentlich. Hm. Ein Waffenhändler. Schon gar nicht so schlecht die Waffen hier. Hier. So. Ein Dekostab. Großbogen. Alter. Die ist ja besser als die Waffe, die wir herstellen können. Traurig. Strandlatschen. Ach komm. Ja, ja. Vielleicht morgen. Oha. Guck mal. Da haben wir einen Aufgabentypen. So. Hast du Aufträge für mich? Dann wollen wir mal. Viele davon können wir schon fertig machen. Krass. Ah. Okay. Okay. Sehr schön. So, keine Aufträge mehr. Krass. Wir können ja alles fertig machen. Naja. Fast alles. Wir sind ja auf Träger ausgegangen. Ja gut. Hä? Ähm. Ich möchte meine Münzen tauschen. Stell mir Talente vor. Stell. Du bist auf der Suche nach einem Talent? Tut mir leid. Aber derzeit habe ich niemanden in meiner Liste, den ich dir empfehlen könnte. Aha. Okay. Bye. Na gut. Dann haben wir die Aufträge schon mal hier fertig. Deine Haare glänzt wie die Sonne. Ich bin ganz schön neidisch. Was für eine riesen Stadt. Okay. Da ist ein Schnellreisepunkt. Das ist doch schon mal gut. Fischerparadies. Hör dich vor der Stadtwache. Die haben ihre Augen überall. Ich habe schon oft mit ansehen müssen, wie sie ein paar arme Fische abgeführt haben. Die dachten, sie seien unbeobachtet. Es ist mir ein Rätsel, wie sie wirklich jeden auf frischer Tate tappen können, der irgendwo ein Gesetz bricht. Manche sagen, dass Cecilius Magie benutzt, um jeden im Reich zu belauschen. Aber kann denn so etwas wahr sein? Ich meine, wir haben da oben ein riesen Auge gesehen. Das sieht doch einfach alles. Hallo Herr Auge. Hallo. 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 Hi. Wink, wink. So, jetzt auf die andere Seite. Einfach geradeaus durch. Und dann zum Hauptplatz. Alles klar. Beideos. Wahnsinn. Schuss. Hektisch. Tja. 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 Untertitelung. BR 2018